Willkommen zurück zu einer weiteren 5er Decke, lasse ich mir dabei, David und ein Wetter! Hallo! Aua! Jetzt habe ich auch Schaden bekommen! Headbanging! Aber voll! Schön getroffen wieder in der Perle! Ja, und du hast dich auch selbst getroffen! Ja, hat mich bloß zwei Herzen gekostet! Zu wenig, viel zu wenig! Oha, das war ja richtig frun! Ich glaube, wir gehen nur noch in Netherfarm! Können die Query ja dort aufstellen! Weiß nicht! Worauf geht! So, und jetzt gehts los, jetzt gehts los! Jetzt muss er nachdenken! Nee, jetzt muss es funktionieren! Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich mir jetzt bedenke! Ja, wo bist du denn überhaupt? Ich bin bei der... Wassermaschine hätte ich fast gesagt! Äh, bei... Und wo willst du jetzt da Kaffee herstellen? Äh, ja, dort wo ich eben gesagt hatte! Bei der... Ja, ich steh da! Guck dir zu! Kannst du mir einen Eimer mit Wasser besorgen? Eimer voll Wasser? Ja, das kann ich grad so machen! Wohin? Noch, äh, erstmal nur behalten! Achso, ich brauch dann zwei Eimer mit Wasser! Wieso? Nee, brauchst bloß einen Eimer! Ach, war das jetzt unten Eisen und dann Gold und... Oder war das oben? Ach, mach mal so! Nee! Quatsch! Genau andersrum! Da fehlte genau eine Ebene! Einer bei der Arbeit! Ja! Und einer schaut zu! So! So! Das ist wie in Real Life! Mhm! Einer arbeitet und drei gucken zu! Ja, das hab ich schon so oft gesehen! Hehehehe! Egal ob's Abteilungsleiter oder Chefs sind, die gucken alle zu, wie du arbeitest! Hehehehe! Ah, ja! Und dann hat man 50 Jahre gearbeitet, macht man einen Fehler, bäm! Ja! Schönen Tag noch! Es war schön, dass sie bei uns gearbeitet haben! Mhm! Und im Zeugnis steht dann, er bemühte sich stets! Ja! Das heißt so viel wie... Hehehehe! Ja, ja, genau! Hehehehe! Ich habe nicht gearbeitet, sie waren nur Anker für Automaten! Mhm! Er bemühte sich stets und das wohl der weiblichen Belegschaft! Ja, warum hast du da eigentlich... Äh, wo brauchst du jetzt da Wasser? Ähm, ach so! Warte kurz! Da wurde dein Pappen kennengelernt! Dort! Dort rein brauche ich! Dort runter, genau! So, jetzt brauche ich wieder meine Spitzhacke! Habe ich keine Spitzhacke hier? Keine Hacke? Keine O? Keine Hie? Keine T3TT? Wo ist meine Spitzhacke hier? Keine Spitzhacke? Na, muss ich wieder Holz holen? Warte! Äh... Vielleicht hat Yoshi was denn im Winter? Yoshi hatte nix in dem Winter! Eisen habe ich in dem Winter! Ne, ich brauche... Wenn, dann brauche ich... Äh... Holz! Nur Holz! Naja, okay, gut! Ach, holst du schon! Mal gucken! Weiches Holz! Ja, ganz normales Holz! Also Stöcker brauche ich eigentlich! So, das Restliche brauche ich nicht mehr! Kann also in den Meserator... Äh... Dann mach deine Kische bitte wieder weg! Ich brauche schon wieder... Sachen! So, kommst du... Ich brauche nur... Hast du Holz? Ja! Gut! Dann gib mir Holz! Stöcker! Stöcker! Holz! Da! Sind runtergefallen! Hab ich aufgefallen! Da mit da! Ja, überhaupt! Damit? Er macht die... Leitungen weg, oder? Weiß ich nicht! Ich baue den Geheim-Porno-Keller! Nein! Brotts nicht! Schon wieder! Hat doch schon Terror einen! Hau! 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 Ja, es ist... Nass! Ha? Genau! Und was bringt das? Wird's noch mehr nass? Und jetzt soll da Kakao wachsen, oder was? Ja, äh... Erstmal brauche ich, äh... Netterwarzen? 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 Ich brauche noch ein paar... Du kannst Netterwarzen auch so herstellen, gell? Ne, ne, das ist... Das ist... Ja, ja... Ja, jetzt... Jetzt haben wir... Hä? Okay... Aber... So mit Cross... Dingern, da funktioniert das besser... So... Und was bringt das jetzt, wenn du unten die ganze Ärzte jetzt da hast als Dünner, oder? Ja, so Art könnte man sagen, dass es besser läuft. So wurde mir das erklärt im Englischen. Und mein Englisch ist nun wirklich von Arno dazu mal. Oh, ist auch Leute! Bitte! Und jetzt können wir... Jetzt können wir nur noch eine Sache... Nur noch abwarten, ne? Ne, können wir jetzt auch nicht machen. Ja, Beethoven... Pass auf, hier... Ebenwo ist Terrorskeller... Das sehen da eben was. So, jetzt muss ich kurz gucken... Fehlt da was? Oh, da fehlt eine ganze Menge! Also, ich brauche... Pflanzenschutzmittel... Ich brauche... Ich brauche... Hab ich... Ich brauche das Dünger... Genau... Erstmal Pflanzenschutzmittel rein... Genau... Und jetzt ein bisschen Dünger... Dünner, Dünner, Dünner... Hydratisierte Zellen... Kann ich da drauf nicht zugreifen... Nicht so dicht dran, Yoshi... Also dicht dran gehen... Okay... Genau... So... Es baut aber schnell ab... Ja, ja, ja... Und jetzt gucken wir... Ja, jetzt ist die Frage... Wann... Jetzt müssen wir noch so lange spielen... Bis daraus Kaffee entsteht... Beim Cross... Äh... Dingern da... Boah, jetzt ist Maria... Ich weiß nicht, ob das funktioniert... Oder ob es auch ohne funktioniert... Versucht es einfach mal aus... Genau... Schreibt es in die Kommentare... Die Informationen werden natürlich weitergegeben... Ich weiß ja... Ich habe es jetzt nur so rausgekriegt... David cheat... Warum cheat ich? Wenn du eine Feuerhand hast... Das ist eine Feuerhand? Ja... Ja... Ich bin halt Gott... Also... Das ist ein Feuerhand... Das ist ein Feuerhand... Ja... Ja... Ich bin halt Gott... Also... Auch wieder... Okay... Ich habe Melonen... Melonen... Zweiter Klasse... Du brauchst keine Melonen... Oh... Melonen, die schnell... Sehr schnell wachsen... Und... Brauchen wir nicht... Nö... Aber ich... Gut... Gut, dass man es hat... Gut, wenn man es hat... Stimmt... Da-da-da-da-dam-dam-dam-dam... So... Das kommt wieder rein... Das kommt wieder rein... Das kommt wieder rein... Habe ich... Jetzt muss ich mal auf und zu... noch mal rauf gucken... Ja... Jetzt müssen wir warten... Ding 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 Ding... In der Zeit kann ich ja ein paar Sachen vernichten... Halt... Habe ich noch ein paar Sachen im Winter... Boah... Du musst alle weg... Ähm... Alle wegmachen... Äh... Wer da? Wie steht einer? Komm mal zum... Äh... Wie heißt... Nach oben... Den dort der Kripper... Nach oben... David... Ich hab doch gesagt... Reiß doch das Ding da hinten ab... Bin jetzt... Im Haus... Jaja... Da muss irgendwo dein... Beck rum... liegen... Dein schwarzes Ding... Dein Beutel... Echt? Ich glaub da drin... Hast du ein netter Warzen... Oder eh niemand hat es im Inventar... Genau... Es hat es im Inventar und ist vorausgegangen... Ne... Da, wie haben wir drin... Naja... ist... und rein zu tun Bekommel zu wieder klonen ja auch wenn ich die EITEMS hier das geht doch nicht aus jetzt ich nehme mal die Upgrades kurz an mich damit die Produktion ein bisschen schneller geht bei mir, dass die Nervsteine vernichtet werden oder braucht die jemand? deine Nervsteine? braucht die jemand? nee ich brauche Wolle haben wir eine ganze Menge rumliegen pinke Wolle brauche ich für den Pornokeller ja jetzt muss ich es mal pink herstellen also deaktiviere mal deine Kiste da die grüne Zugang oder brauchst du noch mehr Ärzte? ich brauche keine Ärzte mehr ja also wollte ich ja noch hören halber hast du schon gestartet? bitte? was? halber hast du schon gestartet? ja hatte ich ja erzählt wieso? kannst du denn die zwei Minuten nicht abwarten oder wie? nein das kommt mir halt so komisch vor naja aber du hast schon du musst nur noch ein bisschen besser werden du hast sie genau in zwei Minuten vertan das ist so schlimm wir sehen ja den Timer aber Joschi sieht halt den Timer nicht wie deine Zuschauer sehen den Timer? natürlich nicht da ist ein Flugring drin aber das wird jemand ärgern den blauen Date mach ich ja klar nicht so natürlich nicht natürlich dürrlich das ist die Fliege auf meinem Bildschirm das finde ich natürlich wieder setzen das ist auch aus drei Kilometer Entfernung oder wie? hallo Fliege wie geht's dir? scheiß Koppelohr Zinnohr ein Ohr? ja ich habe zu viel Erze liegen hier noch rum in den Kisten da gucke ich dann mal durch ob ich nicht da noch irgendwas finde was mir gefällt nee da kannst du in die Farm kannst du doch gar keine Upgrades reinmachen was willst du denn schneller machen? nicht in die Farm in den Recycler ach so ne ich habe übrigens eben die Nervwarzen ganz unten reingelegt warum setzt du doch an? dann vermehren sie sich nee 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 jetzt ja 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 was ist jetzt? jetzt ist Pause was Pause wie Pause ja doch die zwei Minuten sind vorbei die ich eben gesagt hatte echt? ja 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 ich kann doch gar nicht heuen boah okay Leute ey zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschau 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 y nie niet actually